Hallo, hallo, hallo! Hier nicht der Emero mit seinem neuesten Mario-Hack. Nein, es ist lediglich der langweilige Diablo 2FX. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt enttäuscht, aber... Ja, wie dem auch sei, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Ich werde für immer mit den LPs aufhören. Damm-damm-damm-damm! Nein, das war natürlich gelogen, ich werde weiterhin LPs machen, so sieht's nicht aus. Aber es ist so, ich werde jetzt zum Studieren in eine Stadt ziehen, die nicht hier ist, sondern woanders, also ich ziehe quasi runter nach Dingenskirchen. Ich will jetzt einfach ganz dreist nicht sagen, wo ich hinziehe. Und ich bin mir nicht sicher, wann ich wieder online zur Verfügung stehen werde. Das heißt, aufnehmen, ja, kann ich Videos, aber... Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich die nicht in nächster Zeit hochladen kann. Im allerbesten Fall habe ich morgen wieder Internet und dann ist die Sache sowieso total gegessen. Im Normalfall wird es ein paar Tage dauern, im schlimmsten Fall sogar ein paar Wochen. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt erstmal nichts mehr von mir... Okay, wenn ihr nichts mehr von mir hört, es wird jetzt so sein, ich werde heute Nacht, in Anführungsstrichen morgen früh, insgesamt drei Diablo-Videos und vier Pokémon-Videos hochladen. Das sind bei Diablo Folge 14 bis 16 und bei Pokémon Folge 76 bis 79. Das sind sieben Videos. Ich glaube, da habt ihr erstmal was für eineinhalb Stunden wahrscheinlich oder eineinhalb, dreiviertel Stunden. Das werdet ihr wahrscheinlich auch an einem Tag durchschauen, wenn ihr absolute Hardcore-Groupie-Fans seid. Vielleicht schaut ihr es auch gar nicht an. Ist mir egal, was ich jedenfalls sagen möchte. Nicht wundern, wenn ihr erstmal in nächster Zeit nichts von mir hört. Es wird vielleicht etwas dauern. Bleibt mir trotzdem treu, das hoffe ich mir zumindest. Ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft sein wird mit dem Aufnehmen. Es wird vielleicht etwas weniger werden, weil halt ich als Student vielleicht nicht ganz so viel Zeit habe, weil ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für ein Studium investieren sollte. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird genauso viel geben, als ob ich wirklich meine Zeit, meine Wertvolle für das Studium opfern würde. Aber sag mal so, also regelmäßig denke ich schon. Aber vielleicht nicht mehr ganz so massig viel. Ja, und das war glaube ich im Prinzip alles, was ich zu sagen hatte. Ich denke schon. Und ja, für alle, die sich wundern, wo ist dieses Runter, wohin er zieht? Es ist Atlantis. Ich ziehe nach Atlantis. Also, dann schöne Grüße aus Atlantis. Viel Spaß beim Schauen meiner Videos. Und ciao, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es regulär weitergeht.